Hey Leute und willkommen zu meinem 133. YouTube-Video. Heute reagiere ich auf eure Zeichendecken. Es ist jetzt 1.21 Uhr und wir legen direkt los. Als allererstes haben wir hier Aileen. Aileen ist 29 Jahre alt und schreibt dazu, das ist meine Mal-Ecke. Und dann hat sie diesen Bizeps-Emoji dazu gemacht. Am liebsten arbeite ich mit den Luminants und Polychromos. Als Unterstützung dafür auch gerne die Pastellfarben von Pant Pastel. Boah, ich hasse Pastellfarben. Ich hasse diese Dinger. Ich habe Respekt vor jedem, der es schafft, mit diesen Dingern mehr als 10 Minuten irgendwas zu malen. Du hörst diese Farbe einfach überall. Also Respekt, Aileen, dass du das überhaupt hinkriegst. Also gucken wir jetzt mal ganz genau hin, wo du hier was zeichnest du. Das klingt so, als wenn ich das jetzt richtig durchanalysieren werde. Ich gucke eigentlich nur das Bild an und gucke, was du da für Materialien hast und wo du deine Sachen aufbewahrst. Ich sehe schon dieses kleine Rollding, also diesen Trolley. Leute, wir judgen natürlich nicht. Wenn du jetzt nicht aufgeräumt hast, ist total egal. Es ist bei mir auch Chaos pur. Eigentlich der Zustand konstant. Aber bei dir ist super aufgeräumt. Krass, hast du vor... Schreib bitte in die Kommentare, wenn du vorher irgendwie so zwei Stunden aufräumen musstest, bevor du das Foto hier machst. Auf jeden Fall, ja, sehr, sehr ordentlich. Du hast diesen Trolley. So einen ähnlichen habe ich auch. Ist deiner auch von Ikea? Kann das sein? Ich erkenne auch den einen Ikea-Schrank. So einen hatte ich ganz, ganz früher auch mal. Ja, zum Trolley. So einen ähnlichen habe ich auch, aber in schwarz. Das ist super. Du kannst den mit dir hin und her rollen, wo du gerade bist. Du hast deine ganzen Kunstmaterialien bei dir. Naja, zumindest die, die auf dem Ding drauf sind. Dann hast du eine wunderschöne Zeichnung von Nezuko. Die habe ich direkt gesehen und dachte, direkt, das muss ich mit reinnehmen, weil ich bin ein riesen Demon Slayer Fan. Die Zeichnung sieht super krank aus. Super, super krank. Du hast ein paar schöne Blumen, ein paar eingerammte Bilder, ein riesen Bild an der Wand, das ich auch ultra cool finde. Sehr, sehr bequem aussehenden Stuhl. Also der sieht wirklich so aus, als könnte man mehrere Stunden darauf zeichnen. Dann hast du so ein Regal auf dem Tisch, wo Stifte drin sind. Ich erkenne leider nicht, was das alles ist. Ein paar Feinliner, glaube ich. Buntstifte. Du hast ja gesagt, du arbeitest mit Polychrom aus dem Luminance. Wenn die das sind, cool. Wenn die das nicht sind, sorry, ich kann es nicht erkennen. Auf jeden Fall hast du auch ein paar Zimmerpflanzen. Bei mir sterben die, ne? Also die leben keine drei Tage. Ich habe mir echt Pflanzen für meine... Wie nennt man diese Dinger, die man an Balkondinger ranmacht, damit da Pflanzen rein können? Diese Blumenkästen. Ich habe mir Pflanzen für meine Blumenkästen geholt und ey Leute, eine Woche später, obwohl ich sie gegossen habe, ich habe sie gehegt und gepflegt, ausgetrocknet. Ohne Grund. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich check nicht, was ich falsch mache. Ich habe absolut keinen grünen Daumen. Ich habe Kakteen vertrocknen lassen. Kennt ihr diese Dreierpackungen Kakteen von Ikea? Ich habe mir eine Packung gekauft. Ey, ungelogen, ich habe die gekauft und dann waren die komplett ausgetrocknet. Aber ich bin so ein schlechter Mensch. Die armen Kakteen, die fand ich mal so süß und dann waren sie tot. Ah, okay. Auf dem zweiten Bild sehe ich doch, was du da unten hast. Das sind wirklich Polychromos und Luminanzstifte. Da hatte ich recht. Und so ein Glas, wo Sailor Moon drin ist. Was ist das? Wo kriegt man... Oh nein! Und wie süß sind bitte diese Plüschzimmerpflanzen. Ich gehe drauf. Worauf? Ich sehe auch, du hast ein paar Copic Marker. Auch immer gut. Zum Grundieren kann man immer haben ein paar. So ein paar Grundfarben sind nicht schlecht. Sieht alles sehr, sehr gemütlich aus. Ich würde auf jeden Fall eine Runde bei dir zeichnen. Das ist eine sehr, sehr gemütliche Zeichenecke. Muss ich schon sagen. Und auch diese Männchen, diese Proportionsmännchen und die Hand und so, fand ich auch immer cool. Aber ich habe mir irgendwie nie so ein Ding geholt. Ich weiß auch nicht warum. Ich wollte eigentlich immer eins haben. Nie gekauft. Wo ist dein Licht? Hä? Mir fällt gerade auf. Wo ist dein Licht? Wie hast du Licht? Ah, doch, da hast du Licht an. So eine kleine Tischlampe, ne? Boah, ist das hell genug? Ja, doch. Muss reichen. Katharina ist 36 Jahre alt und schreibt, ich bin aber erst spät zum Malen gekommen. Dank an meinen Kunstlehrer, der meinte, Kunst kommt von Können und nicht von Wollen. Oh Gott, was ist das denn für ein Spruch? Natürlich kommt Kunst von Wollen. Nein, Kunst kommt nicht von Können. Wenn ich das schon höre, ey. Und der ist Kunstlehrer? Auf jeden Fall, ganz kurz nochmal zu Kunstlehrern und Kunstprofessoren an Kunsthochschulen. Ich habe mich ja auch mal an einer Kunsthochschule beworben und meine Mappe ist zurückgekommen mit der Note 4 und ich wurde nicht angenommen. Jetzt ist mein Kunstbuch an Schulen und wird dort als Lehrmaterial benutzt. Also ist total egal, wer was zu euch sagt. Ist egal. Solange ihr selber glaubt, ihr könnt etwas, könnt ihr es auch. Wenn ihr es einfach nur weiterhin versucht und weiter übt, 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 seid einfach stur. Bleibt stur. Stur. Stur sein ist gar nicht so schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Eigentlich ist es eine relativ gute Eigenschaft. Weil wenn du einfach stur bist, dann ziehst du das durch, was du durchziehen willst, ohne dass dir jemand anderes da reinreden kann. Nur, wenn man wirklich etwas durchzieht bis zum Ende, kann man auch gut darin werden. Also hört nicht immer darauf, was irgendwelche anderen Leute zu euch sagen, ganz besonders Kunstlehrer und Kunstprofessor. Weil die tun sowieso nur das, was dir eine gute Note einbringt. Kunst in der Schule macht sowieso keinen Sinn. Kunst an einer Uni macht auch keinen Sinn. Die nehmen dich an einer Uni erst dann, wenn du noch formbar bist. Wenn du nicht mehr formbar bist, dann brauchen die dich nicht. Ich habe sechs Semester Kunst studiert und das, was wir in der Uni gemacht haben, habe ich danach nie wieder gebraucht. Nie wieder. Was haben wir da gemacht? Ich erinnere mich noch nicht mal mehr. Was zum Teufel war das für ein Unterricht? Worum ging es? Auf jeden Fall schreibt sie weiter. Mir war lange nicht klar, dass man zeichnen lernen kann. Jetzt ist mein Bereich auf dem Dachboden mein liebster Ort. Am besten bin ich mit Acryl, aber ich probiere mich immer wieder in Buntstiften, in Klammern Polychromos und Aquarell. Liebe Grüße und danke für dein Content. Yo, yo, welcome. Ich habe auch sechs Semester lang Englisch studiert. Okay. Ja, freut mich, dass du ein tolles Hobby entdeckt hast und auch Spaß dabei hast, weil Zeichnen ist wirklich, wirklich absolut, absolut, also für mich das tollste Hobby. Es macht absolut viel Spaß. Du kannst für dich sein, du hast so deine Ruhemomente, wo du nur du bist. Also du kannst einfach zeichnen, ohne an irgendetwas anderes denken zu müssen. Und das ist so für mich der größte Teil daran, weil ich muss nicht wirklich nachdenken. Und es ist einfach pure Entspannung, so meditativ schon fast. Also es ist nice. Und wenn ich es eine Weile lang nicht mache, dann bin ich total gestresst. Und erst wenn ich wieder zeichne, bin ich da auch wieder raus. Also schön, dass du das auch für dich entdeckt hast. Voll spezifisch. Auf jeden Fall sehe ich, dass du sehr, sehr viel mit Acryl arbeitest. Du hast haufenweise Pinsel und Acrylfarben. Gott, ich kann Acryl nicht, ne? Ihr habt das Video vielleicht gesehen, wo ich es versucht habe. Wenn nicht, guckt es euch an. Es ist absoluter Horror für mich. Ich verstehe nicht, wie man da Kontrolle ausüben kann. Ich habe absolut keine Kontrolle und ich bin ein Kontrollfreak. Und ich bin ein kleiner Perfektionist, wenn es um meine Zeichnung geht. Alles andere nicht. Aber es ist der Horror. Ich habe gar keine Kontrolle. Dasselbe gilt für Acryl. Alles, was ich mit einem Pinsel machen muss, funktioniert nicht. Ich glaube, ich habe einfach zu zittrige Hände oder so. Auf jeden Fall hast du auch ein paar Bilder an der Wand hängen, die mir auch alle super gut gefallen. Ganz besonders das mit dem Chanel-Parfüm ist das, glaube ich, was man da sehen kann. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich finde das mega, mega cool. Wenn du einen kompletten Dachboden für dich hast. Das ist ja absolut gemütlich, ne? Hast bestimmt auch viel Platz, würde ich jetzt mal so denken. Also ich würde es richtig gemütlich finden. Ist es nicht zu heiß im Sommer und zu kalt im Winter? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ein Dachboden ist. Ich hätte einfach gedacht, dass es ein Dachgeschoss und du hast da ein eigenes Zimmer. Aber übertrieben viele Pinsel, ne? Also das ist schon krass. Und ich sehe, du hast auch wirklich die 120er Polychromos. Finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr nice. Ganz wichtig ist Licht. Du hast eine helle Lampe auf deinem Tisch. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt. Aber ich weiß nicht, ob es, wenn es dunkel ist in deinem Zimmer, das Licht auch hell genug ist. Leute, Licht ist ultra wichtig. Was ich euch immer gerne empfehle, ist eine Tageslichtlampe, damit ihr auch nachts über Tageslicht habt. Das ist ein bisschen irre, aber es ist besser, weil ihr dann Farben besser erkennen könnt. Jetzt bei dir sehe ich, du hast so ein gelbes Licht und da wirken die Farben nicht so, wie sie dann tagsüber wirken würden. Aber sonst super, super toller Arbeitsplatz. Mega viel Platz. Du brauchst ein bisschen Stauraum. Komm, hau dir noch so ein Regal irgendwo hin oder so ein Ding mit Schubladen unter den Schreibtisch und du hast viel mehr Platz auf dem Tisch. Ich kann nichts auf dem Tisch haben. Mein Tisch muss immer komplett freigeräumt sein, damit ich genug Platz habe. Meine erste Zeichenecke war damals in meinem Kinderzimmer, das ich mir geteilt habe mit meinem kleinen Bruder. Es war ein sehr, sehr kleiner Schreibtisch. Ich hatte nicht sehr, sehr viel Platz. Und es war gleichzeitig meine Schminkecke und der Ort, an dem ich meine Hausaufgaben gemacht habe. Also wie ihr seht, ich hatte nicht viel Platz und deswegen kann ich es jetzt nicht ab, wenn irgendwas auf meinem Tisch ist, wo ich zeichne. Nichts darf da drauf sein. Dann haben wir hier Seki. Seki hat nur dazu geschrieben, hey, Lana, das ist meine Zeichenecke. Sehr gut. Ich habe dein Bild ausgewählt, ungelogen, wegen den CDs, die an der Wand hängen, weil die unfassbar cool sind. Da sind so viele von meinen Lieblingsanimes dabei. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Hunter x Hunter, My Hero Academia ist auch dabei. Und sogar eine Zeichnung von Senni zu. Finde ich auch richtig, richtig, richtig gut. Und was hast du denn hier für... Oh, mein Buch liegt auch auf dem Tisch. Oh, das habe ich ja gar nicht gesehen. Oh mein Gott. Wie cool bist du denn? Spaß. Aber danke, dass du dir das Buch geholt hast. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich hoffe, es hilft dir. Du hast Polychromos auf dem Tisch. Sehr, sehr gute Wahl. Was sind das für Marker? Sind das Twin Marker? Ich glaube, es sind Twin Marker, aber ich bin mir nicht sicher. Schreib mir in die Kommentare, falls ich recht habe. Wenn nicht, dann schreib es nicht in die Kommentare. Das ist einfach Toppipi, original auf dem Tisch. Was ist diese weiße Box, wo die Zeichnung von Senni zu drauf ist? Was ist da drin? Schreib es in die Kommentare. Wir wollen jetzt alle wissen, was da drin ist. Hier hat man keine Geheimnisse. Es kommt alles ans Licht. Und direkt da drüber ist so ein richtig cooles Poster von Sukuna. Cool. Ey, ich bin so ein Anime-Nerd. Es ist schrecklich. Ich weiß, ich weiß. Für alle, die Anime jetzt nicht gucken, es tut mir leid, dass ihr euch das hier die ganze Zeit reinziehen müsst. Aber dein Tisch ist sehr, sehr gut beleuchtet. Das ist gutes Licht, was du da hast. Ich habe keine Ahnung, was für ein Licht du hast, aber es sieht gut aus. Es ist sehr hell, es ist weiß. Oder hast du irgendwo ein Fenster? Es sieht auf... Natürlich hast du irgendwo ein Fenster. Aber es sieht sehr, sehr gut aus. Wirklich. Super toller Arbeitsplatz. Schön gestaltet. Same. Ich würde es auch so machen. So nach dem ganzen Gelaber musste ich erstmal einen Schluck Wasser trinken hier. Als nächstes haben wir hier Maxi. Maxi schreibt, Hallo Lana, hier zwei Bilder von meiner Zeichenecke. Besonders mag ich, dass ich mit dem drei... Drei Meter? Das ist ein sehr, sehr großer Tisch. Drei Meter langen Tisch, super viel Platz habe. Und meine selbstgemachten Regale für meine... Selbstgemacht? Und meine selbstgemachten Regale für meine Lieblingsstifte. Ich mag deine Videos total gern. Dankeschön. Ganz liebe Grüße, Maxi. Liebe Grüße gehen zurück an dich, Maxi. Woher hast du einen drei Meter großen Tisch? Meiner ist zwei Meter lang. Ich bin absolut unzufrieden. Der ist mir jetzt mittlerweile viel zu klein geworden. Und ich denke mir, woher hast du einen drei Meter langen Tisch? Wo gibt's den? Und wie hast du diese Regale selber gemacht? Das ist so cool. Das ist richtig cool. Und du hast die Stifte in der Farbe sortiert. Oh, das ist so eine Augenweide. Leute, wenn ihr Stifte habt, sortiert sie nach Farbe. Es ist so schön. Es sieht so toll aus. Und es ist viel, 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 viel praktischer, weil ihr sehen könnt, welche Farben habe ich? Welche muss ich nachkaufen? Welche Farbe brauche ich jetzt? Und dann könnt ihr die einfach raussuchen. Das ist so entspannt. Das ist so ein Seelenfrieden. Und auch ein Frieden im Kopf. Ich hoffe, ihr versteht, was ich mit Frieden im Kopf meine. Kennt ihr, wenn es unaufgeräumt ist? Und es fühlt sich so an, als wäre es in eurem Kopf unaufgeräumt. Und wenn ihr dann aufräumt, dann ist alles aufgeräumt, auch in eurem Kopf. Ich sehe mit meinen Augen auf deinem Bild... Nee, mit meinen Ohren. Du hast die Karandache Luminense, wenn ich mich nicht täusche. Und die Polychromos. Und diese Pastellkreiden. Oh Mann, warum benutzt ihr alle Pastellkreiden? Auf jeden Fall sieht das richtig, richtig gut aus. Diese Legale, die du selber gemacht hast, heftig. Ich kann gar nicht schreien an. Du hast Marker, aber ich kann nicht erkennen, welche Marker das sind. Ich glaube, es sind Copics. Es könnten auch Uhuhus sein. Ich bin mir nicht so sicher. Die sehen sich ziemlich ähnlich. Aber auch nach Farbe sortiert. Ach, es ist so schön. Es ist so toll. Sehr aufgeräumt. Sehr clean alles. Das ist schön. Das ist gut für meinen Kopf. Du hast eine Riesenlampe auf deinem Tisch. Das ist super, super. Du hast sogar zwei. Eine kleine und eine große. Die kleine sieht ein bisschen aus wie die von Pixar, die dann kommt und das A oder so zerquetscht. Oder das I. Das I zerquetscht. Und die große, das ist super. Das ist super. Du hast extrem viel Licht. Das ist wirklich wichtig, Leute. Du unterschätzt Licht nicht. Oh, und du hast sogar eine kleine Kerze. Dann hast du ein Acrylbild auf der einen Seite. Ich glaube, es ist Acryl. Ich kann, ich weiß es nicht genau. Ein paar Pinsel. Noch ein paar andere Leinwände dahinter. Die kann ich aber nicht mehr so gut erkennen. Kobelanspitze. Auch sehr, sehr gut. Ja, ja. Doch, das sind die selbstgebauten Legale mit dem Buntstift. Ich habe gerade so nah ran gesummt, dass ich nicht mal wusste, wo ich gerade bin auf dem Bild. Du hast ein bisschen Deko. Ist auch schön. Auch gut für den Kopf. Braucht man. Kennt ihr Leute, die nichts in der Wohnung haben? Und wenn man mich in Ruhe lässt, wäre ich wirklich ein Messi so. Ich kaufe alles. Ist mir egal. Ich kenne da keine Gnade. Du hast auch dieses Männchen, dass man so für Skizzen und sowas benutzt. Und die Hand. Auch sehr gut. Habe ich mir beides die geholt. Warum nicht? Jetzt habe ich auch Bock auf sowas. Als nächstes haben wir Iva. Iva hat sogar das ganze Bild beschriftet. Vorbildlich, Iva. Sehr, sehr vorbildlich. Wir fangen links an und arbeiten uns durch bis nach rechts. Als allererstes sehe ich natürlich Lanas Buch. Extra markiert und dazu geschrieben. Danke, dass du es dir geholt hast. Ich freue mich echt. Und ich hoffe, es hilft dir. Dann haben wir hier Stiftis mit einem Riesenherz. Ich finde es auch süß, dass du es Stiftis nennst. Das ist ja absolut niedlich. Was hast du denn da für Stiftis? Das erkenne ich nicht. Aber du hast ein paar Skizzenbücher. Ein paar ist gut. Du hast sehr, sehr viele Skizzenbücher. Allgemein viele Bücher finde ich super. Lesen ist toll. Gott, ich wäre echt so eine gute Legerin geworden. Dann haben wir hier eine Monstera-Pflanze. Wie schon gesagt, die würde nach zwei Tagen bei mir komplett eingehen und total traurig aussehen. Krass, dass ihr das schafft. Schulbücher. Same. Die sind so ganz unten in so einer Ecke neben der Pflanze versteckt. Egal, ob die nass werden oder voller Dreck. Egal. Dann haben wir hier noch mehr Pinsel. Wo sind denn die ersten Pinsel? Okay, wir gehen einfach weiter. Wir gehen erstmal einfach weiter. Noch mehr Stiftis. Ich sehe, du hast diese Gelstifte von Sakura. Ist das, glaube ich? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber die sind sehr gut. Die benutze ich auch. Dann Pokémon-Getränke. Oh, die habe ich auch bei uns im Shop hier gesehen. Es gibt ja auch so einen Manga- und Anime-Shop. Und da gab es die auch. Und ich dachte so, okay, Lana, brauchst du das? Eigentlich nicht. Aber willst du das? Ja. Dann habe ich mich aber doch für so One-Piece-Gläser entschieden. Eins mit Ruffy drauf und eins mit Ace. Und die musste ich einfach haben. Und der Typ hat die so schön geredet. Und ich habe das Doppelte vom Preis bezahlt. Weil ich gesehen habe, bei Elbenwald gibt es die für viel Gänztier. Als das, was ich bezahlt habe. Ich habe 30 Euro für zwei Gläser bezahlt. Und der hat mich einfach abgezockt. Aber egal, ich liebe die Gläser immer noch. Ich benutze die immer noch gern. Der hat die einfach unter der Theke rausgeholt. Und meinte, die sind noch gar nicht zum Verkauf. Aber wenn du etwas ganz Besonderes suchst, dann empfehle ich dir die hier. Und ich, dumm wie ich bin, habe natürlich direkt gesagt, ja, ja, ich nehme die. Die sehen so toll aus. Ich muss die haben. Ja, ich habe sie gekauft. Was blieb mir anderes übrig? Der hat sie unter der Theke vorgeholt. Auf jeden Fall haben wir dann hier Zeichnung und Unterlage. Super, dass du eine Unterlage hast. Unterlagen sind sehr, sehr wichtig. Ich habe selber keine. Ich benutze einfach anderes Papier dann. Warum? Warum habe ich keine Unterlage? Ich weiß es auch nicht. Aber die Zeichnung kann ich leider nicht erkennen. Das ist ein bisschen verpixelt. Aber das ist nicht so schlimm. Ich wette, die sieht super, super gut aus. Was haben wir noch? Kopfhörer. Ja, ja. Kopfhörer sind sehr wichtig. Ich kann nichts zeichnen, ohne dass ich von irgendwas beschallt werden muss. Irgendwas muss laufen. Ist mir sogar egal, was läuft. Hauptsache, ich habe ein Geräusch irgendwie nebenan. Es könnten von mir aus Wahlgesänge sein, Waldgeräusche, Regengeräusche. Aber am liebsten habe ich Dokumentation. Ich bin so langweilig. Ich bin ohne wird so langweilig. Ich ziehe mir Dokumentation rein, während ich zeichne. Was? Acht Stunden lang. Was? Wisst ihr worüber? Über Dinosaurier und Universum, Einstein und sowas. Was ist los mit mir? Auf jeden Fall. Ja, das, das zu gern. Dann Lego-Männchen. Süß. Ein random Tacker. Ja, der ist wirklich sehr, sehr random. Was zum Kuckuck macht der da? Warum ist der auf deinem Tisch? Ich habe ehrlich keinen Tacker. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Tacker gebraucht. Ich verstehe auch nicht, warum andere Leute einen Tacker haben. Was tackert ihr? Was tackert ihr denn zusammen? Ich bin doch nicht in einem Büro, wo ich so Dokumente habe, die ich zusammen tackern muss. Mein Gott, ich lasse die einfach so. Ich stapel die so übereinander. Ich finde schon, was zusammen gehört. Aber wo sind denn deine ersten Pinsel? Weil ich gucke die ganze Zeit und gucke, okay, sie hat noch mehr Pinsel geschrieben. Aber wo steht denn irgendwo Pinsel? Aber ich finde deinen Arbeitsplatz sehr, sehr gemütlich. Es sieht wirklich sehr entspannend aus. Sehr, sehr ordentlich. Lädt ein zum Zeichnen auf jeden Fall. Als nächstes haben wir hier Maribel. Oh, da kriege ich richtig Hunger auf Mirabellen bei deinem Namen. Aber du hast auch einen super schönen Namen. Den finde ich echt schön. Also, sie schreiben auf jeden Fall. Hey Lana, hier ist meine Zeichenecke. Finde sie mega toll, da ich sehr viel Platz habe und ein Riesenfenster mit logischerweise viel Tageslicht habe. Das einzige Problem ist, dass ich Rechtshänder bin und somit halt immer den Schatten von meiner Hand auf meiner Zeichnung habe. Es würde mich wirklich sehr erfreuen, wenn ich dabei wäre. Du bist dabei. Du bist im Casting. Du bist im Recall. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Okay, das waren jetzt alle Castingshows, die ich kenne. Ich finde deinen Arbeitsplatz ultra, ultra schön. Ich finde das so schön, dass draußen alles so grün ist. Hast du einen eigenen Balkon? Maribel läuft bei dir. Sag mal, eigenen Balkon und so. Sieht aus wie bei Sissy, Alter. Oh, wie ich sehe. Du hast sogar ein iPad. Das Problem mit dem Fenster kenne ich tatsächlich auch. Mein Fenster ist auch auf der rechten Seite und ich zeichne auch mit rechts. Und ich habe immer den Schatten von meiner Hand auf der Zeichnung. Und es ist wirklich mit das Nervigste, was man haben kann, weil es voll dunkel ist an der Stelle, wo du zeichnest. An der Stelle kommentiert mal, seid ihr Links- oder Rechtshänder? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass 90% der Welt Rechtshänder sind. Aber die verrücktesten sind ja die, die alles mit beiden Händen können. Wie? Ungelogen? Meine linke Hand kann nichts. Die kann halt nur mein Handy halten so. Und auch da tut die dann irgendwann weh und ich denke mir, boah, wie schwach. Aber auf jeden Fall hast du einen sehr, sehr nicen Arbeitsplatz. Das Tablet ist super gut, wenn du Zeichnungen zeichnest und dabei irgendwie dein Referenzbild auf dem iPad hast. Das finde ich auch immer sehr, sehr gut. Die Zeichnung auf dem Tisch finde ich auch sehr, sehr süß. Ist das ein kleiner Welpe? Ist das ein Welpe? Zucker. Zucker. Und was benutzt du denn hier für Stifte? Das sind Polychromos, Luminance. Super Kombi, Leute. Ich sage es euch echt immer wieder. Die beiden ergänzen sich super, super gut. Dann hast du den Anspitzer, den ich auch habe, der mir leider vom Tisch gefallen ist und dann kaputt gegangen ist. Ich habe mir immer noch keinen neuen geholt, Leute. Ich bin von diesem Luxus, dieses Anspitzers, der von alleine anspitzt, wieder zurück auf einen Metallspitzer, der wirklich meine Hände komplett auseinander nimmt. Und das macht mich absolut traurig. Absolut. Aber ich hole mir den einfach nochmal. Ich muss, ich kann nicht mehr. Diese Wand, die du hast, ich feiere die so doll, weil die ist so praktisch. Du kannst da einfach irgendwelche Sachen ranhängen. Du brauchst nur diese kleinen Nipsis und dann kannst du da alles dranhängen. Und du hast Stauraum einfach an der Wand so. Und du musst nicht bohren. Also naja, du baust nur das Ding da ran. Theoretisch muss man schon bohren, aber halt nicht so viel, wie da hängt. Versteht ihr? Ja, ne? Gott, ich muss echt lernen, mich auszudrücken. Ich drücke mich durch meine Kunst aus. Oh, ey, pass auf, deine Kerzen sind hammernah an den Vorhängen. Oh, da kriege ich Angstzustände, wenn ich das sehe. Schiebe die Kerzen weiter nach vorne oder den Vorhang weiter nach hinten. Oh, ey, pass da bloß auf. Das sieht so gefährlich aus. Und direkt daneben ist so ein kleiner Weidenkorb. Oh, ist das gefährlich. Pass bloß auf dich auf, Maribel. Maribel, Maribel. Dann haben wir Esther. Esther schreibt, hi Lana, das ist meine Zeichnecke, wo ich mich entspannen kann und male. Am liebsten zeichne ich mit dem Polychromos und meinen Posca-Markern. Uh, mit Posca-Markern. Es interessiert mich immer so sehr, was ihr so mit Posca-Markern macht. Ich habe so viele Möglichkeiten mit den Dingern, dass ich gar nichts mehr mit denen mache, weil ich mich nicht entscheiden kann. Das ist mir einfach zu viel Entscheidungsfreiheit. Ich darf nicht so viel Entscheidungsfreiheit haben, weil am Ende wird es dann nix. Auf jeden Fall hast du einen sehr, sehr schönen Arbeitsplatz. Oh, du hast eine Playstation. Oh, eine Playstation 4? Sieht aus wie eine 4. Und Leute, ihr habt euch das jetzt selbst so zu schreiben, weil letztes Mal habt ihr gesagt, dass das Video zu kurz ist und es ruhig ein bisschen länger werden kann. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu Esther. Esther hat wirklich einen super großen Tisch. Also das ist so ein Eck-Tisch und der ist mega groß. Und was ich noch erkenne, ist natürlich Baby-Yoda. Wer würde ihn nicht erkennen? Eine Baby-Yoda-Tasse ist das, glaube ich. Oder ein Blumentopf? Ist das ein Baby-Yoda-Blumentopf? Oh mein Gott, ist das niedlich. Ich bin so drin in Mandalorian. Ich habe alles durchgeguckt. So eine geile Serie. Und ich bin so ein Fan geworden. Aber nur von Mandalorian. Ich gucke alle anderen Star-Wars-Serien nicht. Ich habe zwar auch die Filme gesehen, aber ich mag nur die Serie Mandalorian. Alle anderen Serien komischerweise nicht. Und du hast super, super schöne Bilder hängen. Das mit der Lineart gefällt mir am besten, weil ich ganz genau weiß, wie schrecklich es ist, diese Lineart-Bilder zu machen. Wirklich, Leute, ich hasse es. Wenn ich noch einmal in meinem Leben ein Lineart-TikTok-Video machen muss, dann lösche ich meinen Account. Ich kann das nicht mehr. Ich hasse diese Dinger. Das ist so anstrengend. Ich muss mich so hardcore konzentrieren. Ich schwitze. Ungelogen. Ich kriege so Stress-Schweiß, wenn ich diese Dinger zeichne. Oh Gott, ich kriege schon Panikattacken, wenn ich nur daran denke. Auf jeden Fall hast du auch... Ich sag die ganze Zeit auf jeden Fall, ne? Anderes Wort für auf jeden Fall. Des Weiteren hast du hier Marker auf dem Tisch, aber ich erkenne nicht, was das sind für Marker. Ich würde jetzt sagen Uhuhus, aber ich bin mir nicht sicher. Könnte noch Copics sein. Sag ich auch schon zum zweiten Mal. Dann, ähm, ich glaub Textmarker hast du auch. Wo sind deine Postgas? Ah ja! Ich hab sie gefunden. Da in diesem Rollding, in diesem Trolly-Ding. Oh mein Gott, wie heißen denn diese Dinger? Ihr wisst, was ich meine. Diese Regale mit Rädern unten dran. Ist das überhaupt so eins? Ja, zum Glück. Da ist auf jeden Fall richtig viel Zeug drin. Skizzenbücher, Stifte. Was ist das alles? Ein so ne Malpalette, wo man so Farben drauf mischen kann. Ist ganz schön viel Zeug drin. Und du hast ganz, ganz viele Pflanzen. Ganz geil. Respekt an alle, die Pflanzen halten können. Ich rede nicht nochmal von den Pflanzen. Ich mach mich nicht nochmal runter wegen diesen blöden Pflanzen. Ist mir egal. Oh, sowas müsste ich mir holen. Kaktus aus so Porzellan. So ein Porzellankaktus. Sowas bräuchte ich. Der geht ja nie drauf. Der bleibt für immer. Das wäre doch mal was Gutes. Du hast Kopfhörer, was auch sehr, sehr gut ist. Du hast eine gute Lampe. Du bist nah am Fenster. Das ist alles super gut zum Zeichnen. Oh, und wie gemütlich ist das, dass die Heizung so direkt am Tisch ist, wenn du da zeichnest, zockst oder irgendwas anderes machst. Kannst du einfach die Füße auf die Heizung packen im Winter. Oh, wie gemütlich. Das ist so gemütlich. Das habe ich früher auch immer richtig gerne gemacht. Jetzt habe ich Fußbodenheizung und die über mir auch. Und ich werde hier einfach im Sommer komplett durchgegrillt. So warm in meiner Wohnung. Wintersommer, egal. Es ist immer warm. Oh, und eine Weile ging meine Fußbodenheizung nicht, weil die kaputt gegangen ist. Und es war trotzdem warm in meiner Wohnung. Es war total egal, ob die an war oder nicht. Kann man gut sparen, du. Kennt ihr eigentlich schon dieses Video, wo ich auf eure Zeichnungen reagiere? Wenn nicht, drückt einfach mal drauf. Vielleicht gefällt es euch ja. Und wenn ihr das hier schon kennt, dann guckt euch das hier doch einfach mal an. Vielleicht gefällt euch ja das. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Falls ihr es noch nicht getan habt, drückt auf Abonnieren. Aktiviert die Glocke. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.